Für den 1. FC Magdeburg begann die Woche mit zwei intensiven Einheiten am vergangenen Dienstag. In der Nemo, Badesauna und Wellnesswelt bat Reha und Athletiktrainer Dirk Keller die Mannen zur Krafteinheit. Am Nachmittag ging es dann zurück auf das Satte Grün an der MDCC Arena. Wir haben versucht wieder das zu trainieren, was wir da vor die Woche gut gemacht haben, das heißt hinter die Kette zu kommen, einfach Fußball zu spielen. Wir werden natürlich jetzt auch vorne mit Beckus nicht mehr die hohe Anschlussstation haben, die wir vielleicht sonst hatten. Das heißt, dass wir nicht mehr so viele hohe Bälle hinten da rausspielen können. Das waren die Kette-Punkte, die wir in der Woche im Training hatten. Nach seiner schweren Verletzung in Duisburg wird Mannschaftskapitän Christian Beck einige Zeit fehlen, was Marius Bülter thematisierte. Ermann hatte natürlich schon Kontakt. Wir wurden immer auf den Laufungen gehalten, wie es ihm geht, wie auch die Operation verlaufen ist. Aber das ist ja soweit alles gut gelaufen. Ansonsten hat er natürlich schon gefehlt in der Kabine. Er war sonst immer da. Er war eigentlich nie verletzt. Er war in jedem Training dabei. Und keine Frage, er ist unser Kapitän, Führungsspieler. Da fehlt natürlich jemand in der Mannschaft. Aber wir müssen zusehen, dass wir das mit uns als Team auffangen und das Beste aus dieser Situation machen. Duisburg ist abgehakt. Sandhausen vor der Brust. Marius Bülter freut sich auf die Partie gegen den SVS. Ja, es ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns. Aber wir sollten uns jetzt auch nicht verrückt machen. Es sind auch nur drei Punkte, die wir da holen können. Und wir wissen natürlich, dass wir mit unseren Fans im Rücken eine richtige Wucht aufbauen können, von denen die Gegner auch Respekt haben. Und ich glaube, gemeinsam können wir am Wochenende, wenn wir da drei Punkte holen, einen riesen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.